Es kann es doch nicht gewesen sein, einfach jede Runde drei Türme ausschalten und dann den minimalsten Schaden gegen den Typen zu kriegen. Ah, das... Tschüss, Alicia. Oh, krass nicht. Nice. Schön geduckt. Aber mir heilt sich grundsätzlich wieder gegen, also... Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Jetzt haben wir Tschüss, Alicia. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Man hilft mir nicht viel, aber... Wissen ist immer besser als nicht wissen. So... Na? Ne, voll vorbei. Voll, keine vorbei. Mist. Du hast es, Han. Du hast es, Han. Du hast es, Han. Du hast es, Han. Du hast ihn, Han. Du hast sie, Han. Ich bin stark! Du bist fertig! Alles gut! Fertig! hmmm so Dallas, du hast jetzt einen etwas weiteren Weg vor dir und du musst an Männern vorbei, was mir sehr leid tut für dich aber so ist das nun mal Nein! Nein! Falsche Taste gedrückt! Fuck! Fuck! Oh, das war dumm Das war einfach nur dumm Wow Okay Warum drücke ich auf Viereck, wenn ich auf L1 drücken will? Du bist fertig! Du bist fertig! Okay, da Ich kann ja echt mal versuchen, dort mit irgendjemand anders drauf zu ballern Ne? Just watch this Du bist fertig! Echt jetzt Och Komm schon, Largo Ich weiß, du kannst eigentlich ganz gut zielen Ich kann hier warten Dankeschön Ich bin cool Ich bin toll, aber nicht überraschend Ich bin, um, jetzt mit mir Ja, nee, äh, ne? Das wird nix. Das wird mir absolut nix. Ha. Das ist das, was ich meinte. Das sind halt Gebäude. Was wollen normale Truppen gegen Gebäude ausrichten? Ah, ich wollte eigentlich Richtung Elisha noch rennen. Hatte ich jetzt gerade vergessen. Naja, komm. Einen haben wir ja noch. Keine Aktion. Oh. Medic rufen. Oh. 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 Aber komm, schalte Edelweiß aus, mir ist es egal. Okay, was will das Spiel von mir? Das war ein paar mehr als drei Punkte, Harme. Und ich möchte keine Tipps. Nicht, wenn ich nicht danach frage. Das war's. Mein Schammer. Okay, ich habe eine Idee, aber das ist sowas von an den Haaren herbeigezogen. Und das ist sowas von an den Haaren herbeigezogenen. Und das ist sowas von an den Haaren herbeigezogenen. Ich habe noch eine andere Idee, auch wenn die ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist. Und mit ziemlich an den Haaren herbeigezogen, meine ich total an den Haaren herbeigezogen. Aber hey, das ist immer egal. So. 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 Oh. Okay. Das wäre das. jetzt fahr ich mit der edelweiß durch oder mit oder lieber mit dem shamrock sozusagen lieber mit dem shamrock einfach für den fall dass meine idee doch schwachsinn war was ich glaube war klar war klar aber ich hab's versucht ja das problem ist die shamrock hat kein so gutes visier aber reicht trotzdem okay ich fahr doch mal mit doch mit der edelweiß auch rein ja Jo, aber das kann halt nicht alles gewesen sein. Energiekrimme können nicht alles gewesen sein. Oh, Penetrator. Schöner Schaden. Ich hätte sie wahrscheinlich doch hinter den Sandsäcken platzieren sollen. Naja, passiert. Erstmal Medic rufen. Hm. Hier kommt es. Ah! Ah! Micho! Ah! Mach deinen Schmerz in diesem Spiel! Okay. Er hat nicht alles geheilt. Er hat sich nicht komplett hoch geheilt. Das heißt, potenziell könnte das tatsächlich der Weg sein. Auch wenn ich es nicht ganz glaube. Jetzt er wird spürt, was du wirst. Du kannst nicht stärken. Ich werde nicht mehr in dieser Seite stellen. Du kannst nicht mehr als Schmerz gehen. Oh, was? Komm, Gen. Ich brauche deinen Hit, das ist gerade wichtig, danke schön. Sorry, Honey. Good work. Can't wait here. Ist doch zum Kotzen. Hm. Ich hätte Edelweiß hier nach hinten schicken sollen. Die trifft wenigstens. Scheiß Schamrock. Mistpanzer. Okay. 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 Ich bin hier. Ich werde sie. Ich verstehe es nicht. Okay. Hamlet, du darfst mir gerne einen Tipp geben. weil ich begreife nicht was ich hier tun soll das ist mir einfach nicht klar da gibt für mich alles keinen sinn da gibt es eine Sprache bei dir bei dir und bei dir bei dir wir im 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 Untertitelung des ZDF, 2020